Das folgende Video dient nur zu Unterhaltungszwecken und die Vorschläge daraus sind nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Jetzt kommen für euch 135 Tipps gegen Langeweile in 212,13 Sekunden. Viel Spaß! Geh raus, baue einen Schneemann, konstruiere eine Zeitmaschine, flieg nach Mexiko, spende eine Million Euro, kaufe einen Helikopter und zerstöre ihn wie im Actionfilm. Geh reiten, freunde dich mit einer Seekuh an, trifft dich mit Freunden, spreche eine zufällige Person auf der Straße an und frag sie, wie es ihr geht. Boxe einen fetten Jungen, schaue YouTube-Videos, iss ein Küken, wirf ein Ei mit einem Küken, wirf ein Ei nach einem Küken, baue eine Sandburg, mache irgendjemandem ein Kompliment, trinke ein Bier, fahre eine Runde mit dem Auto, nimm dir einen Würfel und würfel damit, steige auf einen Berg, falle von dem Berg. Mach ein Video, in dem du dich über etwas aufregst und stell es auf YouTube. Kauf dir ein Messer, backe etwas, schenke einem Obdachlosen 5 Euro, schreibe deine Ex-Freundin oder deinen Ex-Freund an und beleidige ihn oder sie. Geh in einen Laden und steh einfach rum, bis dich jemand anspricht. Such dir einen Fahrstuhl und fahr damit rauf und runter. Kuschel mit einem Teddy, iss den Teddy. Geh zu deinem Vater und sag ihm, dass du ihn lieb hast. Jogge drei Runden um dein Haus. Schreibe zwei bis drei Leute an und tu so, als hätten sie deinen Geburtstag vergessen. Denk an einen Pinguin, reite einen Pinguin, geh in einen Zoo und schaue dir einen Pinguin an. Hör dir meine dummen Vorschläge hier an. Schau auf die Uhr und zähle die Sekunden bis 1000. Rechne eine Matheaufgabe aus. Lerne die 101. Nachkommastellen von Pi auswendig. Mache dir Gedanken über dein Leben. Kämpfe mit einem Panda. Küsse den Panda. Trampe durch die Welt. Kaufe dir Essen und verschenke es an arme Leute. Mach Musik. Bereise drei große Städte. Umarme einen Baum. Lächle. Reibe dich an einem Teppich. Kaufe dir einen Ballon. Lass den Ballon zerplatzen. Kaufe einen neuen Ballon. Kaufe dir einen Kaugummi. Hilf einer alten Dame über die Straße. Stell dich an die Straße und grüße die Autofahrer. Klaue eine Banane und steck sie dir in die Hose. Fliege mit selbstgemachten Flügeln. Zieh dir eine Mülltüte an und renne damit durch deine Stadt. Laufe einen Marathon. Schwimme in einem Fluss. Geh bei Sonnenschein raus und halte Regenschirme über Passanten. Stelle dich auf eine Straße. Wirf eine Plane über ein spielendes Kind. Setze dir eine Sonnenbrille auf. Iss eine Sonnenbrille. Kaufe dir eine Katze. Streichle ein Eisbärbaby. Rutsche auf einer Rutsche. Falle von einer Rutsche. Schubse ein Kind von einer Rutsche. Bewirf Kinder mit Eiern. Du so als wärst du blind. Lass dich nach hinten fallen. Tauche deinen Kopf in eiskaltes Wasser. Gehe zu einer Veranstaltung. Wünsche drei Leuten frohe Weihnachten. Schreibe ein Theaterstück. Geh aufs Klo. Mache Sport. Geh raus und sammle Laub auf. Verkaufe das Laub an reiche Leute. Verschenke das übrige Laub an Obdachlose. Geh zu McDonalds und bestelle einen Döner. Suche dir ein Loch und schreie so laut du kannst. Schau mal ein riesiges Loch. Ruf bei einer fremden Nummer an. Knüpfe neue Freundschaften. Suche wertvolle Dinge auf der Straße. Male einen Baum blau an. Gehe in den Wald und suche Tiere. Fasse in eine Steckdose. Singe ein Lied. Tu so als wärst du in einer Box. Tu so als wärst du ein Schmetterling. Renne nackt durch dein Haus. Deale mit Drogen. Lerne für die Schule. Lass dich verhaften. Bitte deine Freunde dich aus dem Gefängnis abzuholen. Lade jemanden zum Essen ein. Grabe einen Brunnen. Schicke ein Glas Wasser nach Afrika. Rette jemanden das Leben. Gehe zu einer schwarzen Person und tu so als willst du ihr die Farbe abwaschen. Begebe dich in einen Tornado. Tritte auf eine Schildkröte. Tauche im Ozean. Sage einem Eichhörnchen Hallo. Sag den Gletschern an den Polen sie sollen aufhören zu schmelzen. Überfahre eine Katze. Iss eine überfahrene Katze. Beschwere dich an der Kasse eines Supermarktes über die europäische Währung. Laufe durch die Kanalisation. Steige auf den Eiffelturm und schreie deinen Namen. Ritze deine Initialien in eine Parkbank. Schlafe. Fälle einen Baum. Mache ein Feuer. Schaue bei einem Gewitter zu. Schaue dir Make-up-Tutorials auf YouTube an. Verkleide dich als dein entgegengesetztes Geschlecht und laufe durch deine Stadt. Rufe den Krankenwagen und begründe es dann damit, dass du dich allein gefühlt hast. Trinke ein Glas Cola. Lege dich auf einen Hund. Bade mit einem Hund. Iss einen Hund. Fahre eine Runde Karussell. Spucke auf den Boden und lecke es auf. Fühl dich cool. Kleide dich wie ein Hipster und überfalle eine Bank. Lerne ein Gedicht. Lecke an einer Klobürste. Verkleide dich als Batman. Nimm deinen Laptop oder dein Handy und wirf es jetzt gegen die Wand.